Sind Sie politisch, Mr. Gaines? Nein, Sir. Gut. Wir halten auch nicht viel von Politik im Weißen Haus. Ich bin Cecil Gaines. Ich bin der neue Butler. Sie hören nichts. Sie sehen nichts. Sie dienen nur. Er hat nichts dafür machen müssen. Das Weiße Haus hat ihn angerufen, nicht er, das Weiße Haus. Ich will die ganzen Geschichten hören. Da wirst du nicht viel zu hören kriegen, weil er so eine Art Geheimhaltungscode zustimmen musste. Ich bin stolz auf dich. Waren Sie auf einer reinen schwarzen Schule, ist es so? Ich war auf keiner Schule. Mr. President, ich komme von einer Baumwollplantage. Jetzt macht's schon weiter. Vor dem an musst du dich in Acht nehmen. Das ist seine Welt. Und wir leben nur drin. Es wird Zeit, dass du jetzt deinen eigenen Weg gehst. Brauchen Sie einen Helfer? Du hast unser Fenster eingeschlagen, unser Essen geklaut und jetzt bittest du mich um den Job? Ich bin ein guter Diener. Es heißt, der neue Junge ist viel offener. Ich freue mich sehr, mit Ihnen allen zusammenzuarbeiten in den nächsten vier Jahren. Dr. King? Was ist dein Vater? Der ist Partner. Junger Freund, schwarze Hausangestellte waren sehr wichtig in unserer Geschichte. Es passiert gerade was ganz Besonderes, Dad. Mr. President? Ich weiß, Ihr Sohn ist ein Aktivist. Sofort umdrehen! Raus aus dem Bus! Ich habe nie gewusst, was Sie alle durchmachen mussten. Sie haben mein Herz gewonnen. Wir haben es mit dieser ganzen Black Power Bewegung zu tun. Ich gebe Ihnen grünes Licht, die Schweine fertig zu machen. Weißt du, was die mit dir machen? Die bringen dich um. Dieses Land behandelt uns wie Scheiße. Du magst den Präsidenten nicht? Dann gehst du jetzt. Was? Raus aus meinem Arm! Tut mir leid, Mr. Butler. Kein böses Wort über deinen Helden. Alles, was du bist und alles, was du hast, verdankst du diesem Butler. Entscheid! Ja. L K K